Lena jetzt durchgängig in roten Badeanzügen oder Badehosen, je nachdem. In jedem Fall steht der hier auch gut. Tanja Cagnotto, die Europameisterin von Madrid. Star der italienischen Mannschaft. Klasse, dreieinhalb Salto vorwärts, gehechtet. Ich hatte in der Drehung ein bisschen den Eindruck, dass es etwas langsam gedreht hat. Am Anfang. Ja, vielleicht sehen wir das in der Zeitlupe nochmal. Sie hat auch ein wenig die Knie ein bisschen krumm gezogen, aber sie ist natürlich geschickt genug. Die Springer wissen schon, wie sie die Hechte halten müssen, damit der Kampfrichter von der Seite nicht so gut sehen kann, ob die Knie durchgedrückt sind oder nicht. Aber guter Gesamteindruck und dementsprechend auch 69 Punkte.